Das war ein Foul, da muss er natürlich Freistoß geben. Gucken wir auf die Grafik, da sehen wir die Anzahl der Fouls bisher. Und das ist der Ausgleich, Wahnsinn! Und das so spät in diesem Spiel. Die Wiederholung dieses Tores schauen wir uns gerne nochmal an. Und jetzt kann man es nochmal ganz deutlich sehen, bei diesem Freistoß hat der Keeper kaum eine Chance. Ein wirklich schöner Treffer, da konnte der Schütze sein ganzes Können zeigen.